Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, the True Thrones. Ja, ich habe das Rätsel zu Lösung geschafft. Viertelstunde habe ich gebraucht. Ja, ich habe auch nochmal neu geladen, denn ich bin dann auch zwischendurch nicht klargekommen. Aber jetzt habe ich es endlich. Ich zeige euch jetzt noch die letzten zwei, drei Schritte, die ich machen muss. So, ich werde die Plattform jetzt nach vorne umstellen. Und dann können wir die Plattform nochmal nach vorne bewegen. Und damit müsste die Statue dann dort vorne den Zugang für die gefangenen Leute freimachen. Ja, das sieht doch schon etwas schöner aus, das Ganze. Och, endlich habe ich es dann auch geschafft. Ja, wie gesagt, also ich musste nochmal neu laden. Für jeden, den es interessiert, werde ich die Lösung... die habe ich mir nämlich aufgeschrieben, unter das Video posten, das heißt mit den Bewegungen anhand von Uhrzeigersinn nach vorne und zurück. Und natürlich auch gegen den Uhrzeigersinn. Aber jetzt haben wir es. Och, schön. Ja, wir sind ein guter Prinz. Das ist ja doch... Das ist doch der Visier. Es ist der Prinz von Persien. Der Prinz von Persien. Er ist zurückgekehrt. Es ist schön, euch gesund zu sein. Ja! Ah, das sieht nach Verfolgungs-Ection aus. Oh, da hat es kurz geleckt. Warum? Keine Ahnung, aber... Naja, egal. Verfolgungs-Ection! Ja, natürlich möchte ich hier speichern. Denn ich glaube, du treibst diesen Helden-Quatsch ein bisschen zu weit. Du hast die Leute doch schon gerettet. Ja, und? Ich rette sie nochmal und nochmal und nochmal. Je öfter, desto besser, desto beliebter werde ich auch bei den Leuten. So, ich nehme hier auch ein bisschen links und rechts was mit, denn ich hoffe, ich kriege dadurch ein bisschen Sand. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Oh, Regenbogen! Da war ein Regenbogen. Oh, wie schön, dass sie das hier gemacht haben, ey. Weg mit dir. Geh weg, habe ich gesagt. Ich fahre hier lang. Nein. Geh weg! Oh, mein Gott. War das rechts oder links? Sieht gleich aus. Also, egal. Oha. Oha. Ja, jetzt wird aber... Jetzt wird so langsam hier ein bisschen gefordert. Ich bin keiner von euch. Ich bin besser. Los! Zurückspulen. Oh, wer baut denn da direkt was hin? Oh, ist das knapp. Also, zum Teil ist es wirklich doch knapp gesetzt, das Ganze hier. Aber es ist immer noch cool. Es macht immer noch Spaß. Es ist was anderes. Es ist was Geniales, was Neues. Äh, rechts oder links? Rechts oder? Ah, ich kann nicht steuern. Okay. Oh, nö. Okay, ich dachte, ich fahre jetzt davor und sehe nochmal eine Cutscene, weil ich irgendwas hätte drücken müssen, aber dem war nicht so. Ach, du schöne Sache. Haha. Gut, dass du mich beiseite geschleudert hast. Ich habe den richtigen Weg genommen. Nö. Hier können wir dran vorbei. Und ihn überfahren. Auf ihn haben wir keinen Bock. Du willst auch mit drauf? Dich überfahren wir auch. Oh, da rechts ist wieder der Typ, den wir, glaube ich, verfolgen. Na, willst du mitfahren? Gibt es nicht. Weg mit dir. Weiter geht's. Har, 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 har. Oh, ha, mehrere. Ja, auch alle Dreck mit euch. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, das war knapp. Da habe ich mich schon wieder irgendwo an der Wand kleben sehen. Wie so eine Fliege oder so. Oh mein Gott, ey. Rechts, links, rechts, links. Echt schon. Das ist genial. Ich, ja, also ich finde es echt genial. Gemacht. Ähm. Ah, okay. Bosskampf? Oh, ne. Ich mag dich jetzt schon nicht. Hä? Nun ja. Ich gestehe. Das hatte ich nicht erwartet. Oh, 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 ja, genau. Na, herrlich. Na, das kann jetzt ein Spaß werden, Leute. Au. Okay, so geht's auf jeden Fall schon mal nicht. Ähm. Okay, ich habe noch keinen Plan, wie ich die beiden angehen soll. Aber irgendeinen Weg wird es... Ah, okay, doch. Also für den Axtypen habe ich jetzt schon mal einen Plan. Denn wenn er dort unten so festhängt, dann kann man ihn... Ja. Achte auf den mit dem Schwert. Ich achte auf den mit dem Schwert. Oha. Scheiße. Das war nicht gut. Geh weg, du Schwerttyp. Du haust bitte zu. Nein. Ja, ist doch... Ja, also der Axtyp, der ist gar nicht mal so schwer. Nur... Irgendwie will das laufen, dann kann ich sie hindern. Na, komm, schlag doch zu. Trau dich, komm. Nein, du musst so zuschlagen, dass du da drin hängen bleibst. Nee, so auch nicht. Nee. Nein. Schlag doch mal bitte so zu, wie ich das möchte. Oder muss ich... Hm, das könnte ich ja mal probieren. Ob das Abwärmers bringt, aber anscheinend nicht. Hm. Okay. Kommt schon. Ich will den Zuschauern ja auch was zeigen. Nicht nur, wie ich Ausweich-Action mache. Ja, komm, der hätte es euch jetzt perfekt zuschlagen können. Komm, trau dich. Nein. Warum bleibt der denn jetzt nicht mehr stecken? Muss ich ihn auch darum bitten, dass er stecken bleibt oder so? Ich weiß es nicht. Au. Jetzt werde ich natürlich... Aua. Ja, ist doch gut. Au. Hm. Ich glaube, das wird gleich ein Fail werden. Aber... Den Kampf schneide ich nicht raus, denn es ist ein Bosskampf. Äh, zumindest schneide ich ihn beim ersten Mal nicht raus. Also, so zwei- oder dreimal dürft ihr euch ansehen. Maximal. Oh, ist das nervig. Mach doch einfach mal das, was ich von dir will und nicht das, was du willst. Ja, komm, kannst mich töten. Es ist eh vorbei. Danke. So. Jetzt aber hier, oder, Leute? Na klar, jetzt schaffen wir das. Hoffe ich. Muss ich jetzt die ganze Fähre-Action auch nochmal machen? Nein, muss ich nicht. Das ist schön. Und das Überspringen dieser Cut-Sequenz funktioniert nicht. Nein, funktioniert nicht. Erzähle ich weiter. Nun ja. Ich gestehe. Das hatte ich nicht erwartet. Ja, Überraschung. Was ist das mit dem Feuer? Das macht den Kampf noch um einiges interessanter. Hier als Dark Prince unterwegs. Das wäre vielleicht angenehmer. Au. Oh, ja, genau. Das war eigentlich... Eigentlich hätte er damit meinen Kopf gespalten. Aber, hey, hat er nicht. So, ich wähle jetzt nur mal ab. Komm schon. Schleimt mal zu. Hallo? Ich habe doch... Ich drücke hier die ganze Zeit ab, Werner, aber er macht es nicht. Ey. So, jetzt machen wir das mal anders. Ja, natürlich. Ich bin hinter ihm und er kann mir ausweichen. Mhm. Dann versuche ich das mal mit ihm. Ähm. Was zum Teufel machst du da? Ja, das war doch ganz genau das... Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, wie das funktioniert, das System. Ich muss den Schwerttypen angreifen und der, äh... Andere denkt sich dann, haha, jetzt kann ich ihn treffen und dann... Aber dem ist nicht so. Nose. Och. Okay. Schauen, ob ich richtig damit lag. Falls ich überhaupt hier mal wieder zum Zug komme. Ja, ich lag richtig. Achter auf den mit dem Schwert. Ich bin dabei. Ich muss nur gleichzeitig, äh, hier auch den Axttypen versuchen irgendwie zu treffen. Oh, nö. Komm, schlag zu. Ja, so soll das immer ablaufen. Würde der Schwertbruder da nicht die ganze Zeit so komisch an... Moment mal. Spiekel. Das habe ich erst sehr spät gesehen, dass es geht. Oh, geil. Das ist natürlich jetzt genial. Nein, du greifst noch nicht an. Jetzt macht er seinen hohen Angriff. Komm schon. Ich weiß nicht, wie viele Treffer die brauchen. Und ich muss gleich mal wieder auf meine Uhrzeit gucken. Oh, oha. Oha, Leute. Okay, wir machen einen... ... kurzen Schnitt. Äh, ich habe mich jetzt absichtlich erledigen lassen. Wir sehen uns, äh, am Ende dieses Kampfes wieder. Ich bin Hello98680. Bis dann. Bis dann. Bis dann.